Martin, was geht? Was geht bei dir? Interessiert mich nicht. Gut, fick dich. Bordels! Ich hab Bordels! Ja, ich müsste eigentlich wirklich... Was hast du gesagt? Digga! Bordels! Digga, ist nicht dein Herz! Digga! Allein! Alter, das... Bleib doch jetzt einfach mal stehen! Jaaa! Aaaaaaah! Nee, ich... Ich will jetzt zocken. Oh! Hast du das gehört? Ja! Das ist Marty? Aaaaaaah! Hier ist Blut! Ich bin jetzt kein... Detektiv, aber ich glaube, hier hat's Marty in der gewissen Grade. Jo! Alter, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Boah, das fühlt sich hier im Krusel gegangen. Da unten ist eine Spinne! Ach so, das ist eine Spinne. Ey, diese Spinnenviecher, die kommen mir echt hier zu oft vor. Na du Arschloch! Fick dich! Hör auf den Kopf! Hahahaha! Neiinn! Das ist nicht passiert! Hahahaha! Oh, fuck! So rechts rum ist ein Schatz Da liegt jetzt ein Schatz vor dir und wenn ihr euch umdreht findet kommt ihr gleich auch noch mal zum Schatz da ist nichts der Raum ist auch leer Mann der Raum ist leer Warum macht ihr denn sowas man Sorry alter ich hör nix weil Martin immer dazu gequatscht In dem Raum sind zwei Schatz einer rechts und die einer links von dir Ich bin jetzt auf voll also ich muss jetzt gleich mal raus Ja dann sag mal wo es zurück geht Ja dann zurück laufen Martin ist in den Tod gesprungen Nein was wo ist der hin Ja dann sag mal wo es zurück geht Nein Nein was Ja der ist in den Tod gesprungen Frag mich nicht man er will dass wir gefeuert werden heute Du wirst jetzt auf dem Vieh zu laufen aber da ist halt der Ausgang Da wo das Vieh gerade hinten ist da musst du hin Ja das ist jetzt so ein kleiner Fucker der rennt auf mich zu der rennt auf mich zu Ey 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 der ist wütend der ist wütend der kommt der kommt Ach du bist in den Ausgang Oh da hast du Vieh bei dir WAAA Alter Nico direkt vor dem Schiff steht ein Forestkeeper Der hat mich gesehen der hat mich gesehen Was mach ich jetzt Olli Oh Gott ich kriege die Hand zu kurz Der rennt dir immer noch hinterher Der ist hinter mir der ist hinter mir der greift mich gar nicht Hilfe Ja gut Ey Jungs sagt mal wenn ihr wollt dass ich versuch das Zeug zu holen dann macht nix ansonsten startet mal den Autopiloten bitte Also ihr hört mich ja Jut danke Mann Nein Nein Stopp Nicht zu mir nicht zu mir nicht zu mir Da ist so eine Gehirnschnecke ich konnte von ihr wegrennen Oh das ist scheiß Vieh alter hier guck mal genau Nein Nein Ist sie auf mir Nein Was hast du denn in der Hand was ist denn das Telefon Diese Leiter ist wirklich das beschissenste Item in diesem gesamten Spiel Guckt euch das mal an man Ja Olli ist den anderen Weg entlang gegangen So wir haben schon mal 105 vor der Tür liegen Alter Telefon Ohne Scheiß Ich hab hier ein Telefon gefunden und ich lauf da rum Und dann macht es auf einmal so komische Geräusche ich nimm es in die Hand und dann macht es so Und dann höre ich um eine Frau schreien. Ich glaube, Martin hat schwere Einbildung. Vorsicht, Olli, Vorsicht, Vorsicht. Da ist eine Gehirnstecke. Ich kann jetzt zweimal vor ihr fliegen. Okay, Mann, bitte. Komm mal hier reinleuchten. AHHHHH! NEIN! Scheiße! Ja, das ist... Lass mich bitte. Lass mich bitte. Nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte, 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 bitte. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich doch einfach... Wie? Wieso? Ja, Martin, du lebst noch. Ich weiß nicht, es ist hinter mir hergekrochen. Junge, wo... What the fuck? What the fuck? Wo? NEIN! Da kann ich ja gar nicht mehr rein. Da kann ich ja gar nicht mehr rein. Fick dich. Ich bleib jetzt hier. Lass mich mal auf den Trip. Das ist mir so egal. Weil ich immer einen richtigen Trip verpassen. Alter! Nico, bist du das? Wer ist das? Nico? Nein, Nico? Nico? Nein? Bist du das, Nico? Nico? NEIN! Marti! Marti, Marti, tut so, Marti, Marti, tut so! Warum ist Marti tot? Scheiße! Was ist hier los? Was ist hier eigentlich los? Na, ihr Wichser! Und da bin ich weg, ihr Hurensöhne! Können wir hier nicht noch ein bisschen verhandeln mit dem, mit der Krake hier? Ja, warte, ich verhandeln mit dir. Heiß Maul. Ja, gutes Verhandlungsgeschick auf jeden Fall. Warte, ich probier's auch nochmal, okay? Aber egal, jetzt können wir gleich nochmal den Great Acid Song hören, nachdem wir gefeuert wurden. Geil Mann, das hat sich gelohnt. Können wir jetzt mal einfach weiterkommen, das wäre echt nicht... Wollen wir jetzt mal echt uns zusammenreißen und versuchen echt weiterzukommen? Ja, wir holen jetzt mindestens 500 Dollar raus, okay? Okay. Ey Leute, ich bin schon voll. Geil. Ich... Ich geh schon mal einmal zum Schiff, ja? Ja. Geh mal weg. Scheiße, dein Block. Nein! Nico? Ja? 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 Nein! Nein! Scheiße, ich wollte auf das Ding springen. Ey, ich bin daneben gesprungen. Ich glaube, damit der Tag nicht komplett umsonst, gehe ich jetzt wieder zurück zum Schiff. Ich hoffe, Nico kommt einfach auch gleich da raus irgendwie. Ich glaube, Nico ist in den Abgrund gefallen. Wer hat denn die Lieferung jetzt, Mann? Oh, da stehen wir genau da auf dem Platz, wo die Lieferung hinkommt? Nein! Nein! Das ist nicht wahr, oder? Alter, ich stand einfach unter diesem Teil. Eine Lampe lässt er da auch noch liegen, Alter. Alter, Martin, nimm die Lampe weg! Dann muss ich ja noch mehr Lampen kaufen, weil jetzt ja zwei Lampen weg sind. Eine noch. Er hat da wirklich einfach eine liegen gelassen. Was ist mit ihm? Martin! Ja, jetzt geht er hin und checkt, dass da noch... Ei, 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 ei. Guck mal jetzt. Ach so, die ist ja gar nicht weg. Ah, ich bin dumm. Na ja. Dann haben wir halt sie. Passt doch, die ist ja gar nicht weg. Guck mal, in unseren Schrank rein. Guck mal, in unseren Schrank rein. Alter! Ich gehe durch in die Emergency Exit. Oh, entschuldig. Ich habe alle drei Emergency Exits hier bei mir. Nico? Ja, Olli? Bist du hier durch in die Emergency Exit? Ja, seid ihr alle hier durch? Ey, hier sind alle, alle drei... Was ist das? Alter, was hat denn hier geknarrt? Martin? Ja, ich nehme noch. Hört sich nicht so an. Sind wir hier durch in die Emergency Exit? Ja, seid ihr alle hier durch? Nein! Ja, nimm doch den Korb mit. Ja, nimm mal mit. Aber ich bin voll. Ja, ich... Ich könnte theoretisch noch ein Item, aber lass mal... Springen wir dich sein. ... 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 Da ist der Monty. Ey, Olli, ich schwör dir, das ist die beste Komme. Der kommt da nie wieder raus, ne? Naja, der ist einfach irgendwo in der Azkaban unterwegs jetzt. In der Kammer des Schreckens, Alter. Oh, Hochwart. Lass zusammenbleiben, oder? Wo ist Nico? Ja, der läuft jetzt wieder allein rum und ist gleich wieder tot. Alter, einfach ein Roboter. Weil hier ist ein Bild, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Ich habe den heiligen Kral gefunden. Ui, da. Krabbel was, krabbel was. Ey, hier ist ein Arschloch. Haupt, du Arschloch. Ey, hier ist so ein Arschloch. 360, wollen wir wegfliegen? Ich habe 398 sogar. Oh ja, hier sind halt diese Viecher vor der Tür, ne? Ey, das steht wirklich direkt vor der Tür. Ey, lass wegfliegen, scheiß drauf. Aber müssen wir von dem wegfliegen? Können wir nicht einfach nochmal landen? Geht das? Das wäre ja voll tricky. Ja, ohne Scheiß, wenn Martin doch hier bleibt und wirklich mal die Schnauze hält und losfliegen kann jederzeit, dann verlieren wir doch nicht so viel, oder? Ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, Martin, dann fliegst du einfach los, okay? Ey, das geht einfach wirklich. Wie geil ist das denn bitte? Eine Kasse. Nico, ich habe eine Kasse. Ja, wo bist du? Hier, 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 hier. Ich habe eine Zahnpasta. Was machen wir? Was machen wir? Willst du raus? Mit der Kasse in der Hand kann ich hier nicht rumlaufen. Ja, willst du zum Schiff mit der Kasse? Weil die ist schon geil, ne? Ja, dann gib mir mal deine Zahnpasta noch und hier nimm den Walkie-Talkie. So, Martin, ich bin jetzt ein Walkie-Talkie. Links rum. Da durch. Und dann links rein. Irgendein Monster ist hinter dir her. Hier sind zwei Schätze. Bei den Träten ist ein Monster. Ich muss die Schnauze kurz halten. Hinter dir ist ein Monster. Okay, Nico ist tot. Und hier außenrum ist so ein Monster, was auf Sound geht. Also sollten wir losfliegen. Ähm, ja. Ja, Nico will anscheinend, dass wir losfliegen. Er hat den Autopiloten gestartet. Wer hat das Walkie-Talkie? Wir müssen warten, bis es landet. Ich hör was raus. Alter, was ist ein Forest Keeper direkt, Olli? Ich bin auf dem Schiff drauf. Ey, ich sag euch ehrlich, ich glaube, vom Schiff kommen wir nicht weg. Ich glaube, du kannst losfliegen, Alter. Okay, ja, war ne geile Runde. Ja, hat Bock gemacht. Schnellste Liefel-Runde Company Part 2. Schnellste Liefel-Runde Company Part 2. Ja, kaum Scheiß einfach drauf. Wir haben auf jeden Fall 758. Das heißt, wir können beim nächsten Mal auf Titanen landen. Mach mal noch irgendjemanden eine Abmoderation jetzt hier. Also, was wir... Ich bin auf Titanen landen. Schnellste Liefel-Runde beenden da. Das ist toll, dikkatzen! Daher. Bis zum nächsten Mal.